Damit, meine Damen und Herren, sind wir jetzt beim Fußball in der dritten Liga und bei Eintracht Braunschweig. Sie werden sich erinnern, letzte Woche war das bitter, war das ein Schock für die Löwen, kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer durch Peter Schirrber zu kassieren. Das Ganze sehen wir noch mal in der Zeitlupe. Also da hat es dann schon ein paar Tage gebraucht für die Mannschaft, auch für den Trainer Thorsten Lieberknecht, das Ganze zu verdauen. Aber unter der Woche auf einmal eine sehr erfreuliche Nachricht. Einer ihrer Männer ist nominiert worden für die U20-Nationalmannschaft. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Karim Belarabi ist mit dabei. Der hat sich natürlich gefreut wie ein Schneekönig. Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Motivation für das heutige Spiel gegen Koblenz. Thorsten Elfland, bitte. Ja, richtig. Und er freut sich wirklich riesig darauf, gegen die Schweiz und die Polen mit dabei zu sein. Für den 20-Jährigen wäre es dann das erste Länderspiel seiner Karriere. Anerkennung für ihn, aber auch für die Jugendarbeit der Eintracht. Vor zwei Jahren war es nämlich Thorsten Lieberknecht, damals noch A-Jugendtrainer, der Karim Belarabi von Oberneuland nach Braunschweig holte. Wie eigentlich immer tolle Stimmung im Stadion an der Hamburger Straße. Knapp 14.000 Fans wollen ihre Löwen, wie gewohnt, in gelb-blau gegen den Tabellenneunten aus Koblenz sehen. Die Eintracht mit der gleichen Aufstellung wie bei der Niederlage in Rostock. Zu Beginn mit leichter Verunsicherung. Wir sind in der zweiten Spielminute. Das ist Lars Bender, Johannes Rau. Und schon stets 0 zu 1 für die Gäste aus Koblenz. Johannes Rau, einer von nur drei Spielern, die auch schon in der letzten Saison bei der TUS dabei waren. Und wir gucken noch mal ganz genau hin. Es ist kein Abseits. Matthias Henn hier hebt es auf. Gleiche Höhe. Rahn setzt sich dann klasse durch. Benjamin Fuchs ist derjenige, der hier zu spät kommt. Siebte Minute. Nächste Chance für Koblenz. Das ist Stefan Haben. Glück für die Eintracht. Die Abwehr unsortiert. Dohan verpasst. Henn und Kruppke gucken nur zu. Und Kani Saro kommt zu spät. Karim Bellarabi bekommt dann quasi vorab, die internationale Härte zu spüren. Kapitän Markus Stegmann sieht dafür zu Recht die gelbe Karte. Der Freistoß. Die Eintracht in der ersten Viertelstunde komplett armlos. Koblenz-Trainer Patrick Sander wittert hier die Chance, ein zweites Tor nachzulegen. Sieht da allerdings erstmal diesen Ballverlust. Dennis Kruppke auf dem Weg. Auf jeden Fall nicht zum Ausgleich. Der erste Torschuss der Löwen nach 20 Minuten. Aber es ist nur ein kurzes Strohfeuer. Bis jetzt spielt hier nur eine Mannschaft und zwar die Tuss aus Koblenz. Kanisaro Petkovic. Der Ex-Kieler Massimo Kanisaro mit einer dicken Möglichkeit, aber klasse Reflex von Petkovic. 30 Minuten gespielt. Die Rheinland-Pfälzer, die klar bessere Mannschaft. Braunschweiger viel zu weit weg von den Gegenspielern. Das Zweikampfverhalten unterirdisch. Bender Petkovic. Alleine Marian Petkovic ist es zu verdanken, dass es immer noch nur 0 zu 1 steht. Der Trainer etwas ratlos und er reagierte. Nach gut 30 Minuten muss Markus Unger raus. Für ihn kommt Patrick am Rhein. Allerdings hätte es bis auf Torwart Petkovic bis dahin auch jeden anderen treffen können. Wie verunsichert die Löwen in der ersten Hälfte spielen, sehen sie jetzt. Mark Fitzner mit dem katastrophalen Ballverlust. Christian Porsch-Pischiel fahrlässig, wie die Gäste mit ihren Chancen umgehen. Ja und er hätte heute nur zu gerne mitgespielt. Dennis Brinkmann, der Kapitän der Koblenzer, spielte fünf Jahre für die Eintracht. Trotz seiner Rotsperre wollte er aber unbedingt mit nach Braunschweig. Und bisher hat sich die lange Anreise gelohnt. Zweite Hälfte. Die Eintracht hat nochmal gewechselt. Normen teuer kaufe. Mark Fitzner jetzt als Abräumer vor der Abwehr. In der klassischen Mittelfeldraute. Patrick am Rhein offensiv hinter den zwei Spitzen. Und da ist er gleich. Am Rhein. Patrick am Rhein. Setzt hier das erste Ausrufezeichen. 49 Minuten sind da gespielt. Die Löwen weiter im Vorwärtsgang. Ken Reichel. Und wieder Patrick am Rhein. Und der zieht einfach mal ab und trifft. Der Ausgleich 1 zu 1. Patrick am Rhein mit einem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag. Die Umstellung von Thorsten Gieberknecht scheint voll aufzugehen. Auf der anderen Seite Freistoß Koblenz. Posch-Peschiel. Petkovic. Marian Petkovic. Eine Bank im Eintracht-Tor. Die Löwen nicht wiederzuerkennen im Gegensatz zur ersten Hälfte. Jetzt spielt auch der U20-Nationalspieler Karim Bellarabi mit. Bellarabi pauten. Dieter Pauken. Zwar ohne Trompeten, aber mit der Rettungstat für Koblenz. Jetzt spielt nur noch eine Mannschaft. Und zwar die Eintracht aus Braunschweig. Wieder Bellarabi. Klasse Pass auf Krupke. Kumbela, das 2 zu 1. Braunschweigs Top-Torjäger mit seinem bereits sechsten Saisontreffer. In der Zeitlupe sehen wir, es ist kein Abseits. Bei der Ballabgabe steht Kumbela nämlich hinter Dennis Krupke. Der Kongolese dann ohne Probleme mit der Führung. Kaum noch Zeit zum Luftholen für Koblenz. Nur 7 Minuten später. Das ist Patrick Amrain gegen Patrick Schmidt. Und Michael Stahl. Der Puff von Schiedsrichter Arno Bloß. 11 Meter für die Eintracht. Und das völlig zurecht. Stahl trifft nur das Standbein von Amrain. Klarer Elfmeter. Kumbela gegen Pauken. Das 3 zu 1. Keine Chance für Pauken. Und Kumbela mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Wir sind bereits in der 82. Minute. Und eine Zugabe gibt es noch. Bellarabi. Pauken. Fuchs setzt nach. Und wieder Bellarabi. Krupke. Das 4 zu 1. Der Kapitän höchstpersönlich mit dem Schlusspunkt. Und der zweite Assist von Karin Bellarabi. 4 zu 1 gewinnt die Eintracht am Ende hochverdient, trotz einer miserablen ersten Halbzeit. Der Trainer findet immer die richtigen Worte. Das sieht man ja, wie wir rausgekommen sind aus der Kabine. Wir haben uns, wir haben das erste Mal uns hingesetzt und waren einfach ganz still. Jeder ist in sich gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja auf, das schaffen wir noch. Wir haben noch 45 Minuten. Und dann sind wir einfach rausgekommen und haben das Spiel umgedreht. Ja, ich bin glücklich. Ich freue mich auf die Woche jetzt mit der Nationalmannschaft. Und wir haben heute 4-1 gewonnen. Der erste Halbzeit war vielleicht nicht ganz so gut. Aber der zweite Halbzeit haben wir nochmal Moral gezeigt. Und ich bin einfach glücklich jetzt. Und freue mich auf die Woche. Ja, und das kann er auch. Die Belohnung hat er sich nämlich aufgrund seiner Leistung in den zweiten 45 Minuten redlich verdient.